guten morgen hoxenzahn ja liebe freunde willkommen bei sengoku und wir haben ein bisschen vorgearbeitet und wir wollen euch mal so ein bisschen zwischenstand zeigen und was ein zwischenschwanz was nein ein zwischenstand also pass auf leute ist also wir haben hier ein zäunchen jetzt mittlerweile ja gehabt und der geht jetzt einmal ganz rum den haben wir zu ende gebaut wir zeigen euch das läuft und dann gibt es das neue update ja ist das normal erwischt eiskalt genau und das hat uns allerdings ein paar probleme bereitet ja immer noch ja ich zeige euch das mal hier ich komme mit und zwar dann update besagt dass wir nicht so spät so was wir gemacht haben verschiedene lager gebaut haben sondern es würde jetzt eigentlich alles in eins passen genau was ich aber irgendwie nicht glaube und hat und dann hier ihr seht haus in haus wird hier rein gebaut ja genau das heißt wir müssen das hier abreißen oder auch hier hinten ich reiß hat mal ab und halten ja das ist die hobelbank da können wir werkzeuge und so was herstellen und hier das ja aber was soll ich jetzt machen wir hatten das ja eigentlich vorgab das haus abzureißen teilweise sind die leute im boden drin ja ja alles solche sachen die das durch unseren spielstand jetzt sich verändert haben das wäre jetzt so eine sache fangen wir wieder bei null an oder nicht die frage und ich meine mich stört das jetzt im moment nicht aber wenn du sagst wir reißen ab dann reißt du was ab also das ist jetzt die werkstatt ja die kannst du immer noch irgendwo hin bauen ja ja also reißen wir ab soll ich abreißen da ist aber jemand drin ja warte mal nicht so abreißen anders abreißen wie anders auch mehr luft mehr luft mehr luft so wir müssen jetzt aber ein haus bauen frische mehr luft was ist denn jetzt was mich noch interessiert wir sind gerade rumgerannt wie die doofen und haben erstmal gesucht und gemacht genau wir haben jetzt reißsaatsäckchen ja ja und ich wollte noch mal eben gucken ob die dame hier auch ob da ja da passiert schon was aber hier passiert nix weil du da eben halt weil ich dir gesagt habe was machst du jetzt muss dann abreißen aber hier müsstest du reißsaatsäckchen hier ist wasabi gepflanzt manchmal weil es überall reiß ja ja warte mal wir gucken ob ich das kann so jetzt heißt das hier wir wollen mal andere machen wir wollen reiß machen jetzt habe ich aber kein ich habe keinen reiß du hast saatsäckchen nein nein ja aber nicht alle ich habe nur eins ja dann habe ich nichts mehr ja dann muss ich immer eben herstellen dann müssen wir hier herstellen weil dann kann ich nämlich dann musst du noch zwei dinger herstellen weil es geht auch darum wir wollen ja irgendwie wann mal irgendwie wann mal die quest ist eigentlich los mit mir wo wir ja die quest erledigen können das heißt also dieses gemüsegericht und sache sache kannst du nur machen reißen genau das funktioniert hat machst du die säckchen ich mache wie viele solche machen ja noch neun leder ne ja egal brauchst du doch sowieso reiß und du musst ja auch die 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 gemüsegerichte machen ja 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 da oben haben wir reiß dann mache ich mal mehr herstellen manchmal zwei ja zwei mindestens mehr geht nicht weil ich ja weil ich ja jedem einzelnen das ihm wieder geben muss so dann kommen sie mal her da kommen sie doch dasselbe wie ich also herrlich weil wir brauchen legen sie mal ihre saatsäckchen gefallen pass auf jetzt gehen wir noch mal schauen noch mal auf dynastie auf arbeitsplätze richtig ja so wir haben ja jetzt einmal diese komische ding das wasserfeld thama hat ja schon jetzt haben wir dennoch der gehen wir jetzt auch das section habe ich gegeben ja ist auch weg so dann müsste die das ja jetzt haben genau da machen wir maximal die maximale herstellung von vier und da war noch jemanden am wasserfeld das ist dann die utomi genau die hat auch kein werkzeug die kriegt jetzt auch da wechseln wir jetzt auch um sagt und die macht auch dann haben die schon mal die arbeit die könnte aber reis herstellen ja ja an wir gucken jetzt mal da kommen die gehen auch dahin schauen sie mal ja an sich kümmern ja die kümmert sich jetzt darum okay ist ja 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 beide sie kümmern sich jetzt darum und machen dazu und wir reißen jetzt eben wir müssen noch häuser bauen ja und das tun wir jetzt mal eben schnell ja das heißt wir müssen erwarten doch müssen wir ja müssen jetzt da oben ich gehe da oben schon mal hin und hat schon mal die bäume weg haben wir keine bäume mehr im lager ich glaube nicht ich kann ja mal gucken gehen die die sammeln also wir haben wir haben uns teilweise überlegt ob wir wirklich alles richtig gemacht haben weil wir brauchen ja noch bretter und hast du nie gesehen ich guck mal ins holzlager ja klar soll haben wir alles voll ne ja von wegen weil ich habe gar nichts weinbeeren hier die müssen wir eventuell versetzt also ich muss den raps noch ins futterlager packen wir den raps gekauft davon im ein vogel ich weiß ja auch mal eben hier rein kannst du den raps jetzt auch als saatsäckchen machen wenn du noch leder hast ja nicht mit kriegen eigentlich leder von der viecher ist ja ich meist mal eben weil du hast hier also wie ihr seht unser nahrungsmittellager ist ratzerputz leer ich muss was essen sich gerade das liegt einfach daran weil wir niemand haben der irgendwie jagen kann oder so ganz ganz mies ist also nicht schön ich fange mal da oben an die bäume wegzumachen also teilweise habe ich so überlegt ob wir wirklich alles richtig gemacht haben ach so schippe ne ja du musst noch eine schippe herstellen damit wir hier die stümpfe noch rausholen ja das stimmt und ich schippe ja auch für die eumelbums für die weinbären die stören hier da können wir nicht richtig bauen da müssen die weinbären hier weg ja genau ich sammle jetzt erstmal die die stämme ein soweit schmeiße die dann alle dahin wenn ich die eingesammelt habe damit du da schon mal bretter ausmachen kannst weil wir müssen große häuser bauen damit wir wieder ein paar leute glücklich machen können oder der spackt schon wieder rum nein das ist so nervig teilweise dass wir bauen jetzt mal ihren bauplan vom großen haus ja ich wie gesagt wenn sie müssen die stümpfe ihr wer kannst du mal gucken dass das ich bin doch gerade die bäume fällen ja ich sehe das nicht ob es hinten am zaun ist oder nicht du siehst du wenn es rot ist ja ja sehe ich aber ich sehe nicht bei mir fällt nämlich auf durch das update sind die bäume auch wieder da ja eigentlich müssen wir wieder neu anfangen ist aber scheiße jetzt hier oder gucken sie mal aber ehrlich gesagt ich habe nach hinten gesetzt ehrlich gesagt ich habe auch keine große lust hat du auch wieder neu aufzubauen deswegen machen wir das einfach so weiter wie ist ja mein gelass wir über die bäume fällen jetzt die bäume wirst du wohl hinkriegen dass du ja es ist nicht so einfach so riesengroßes haus ich bitte sie ja und ist doch egal macht schon also wir haben hier den zaun wirklich komplett einmal um das ganze dorf gemacht und haben auch wachtürme ja aber da ist ja keiner drauf auf den bachdürme eigentlich schon eigentlich sind sie besetzt ich hätte gerne ich komme mal zurück ich schmeiße schon mal die klamotten dahin dann kannst du schon mal anfangen ja ich weiß nicht ich habe hier sogar so kleine leuchtkörbe hingestellt damit ja nicht so dunkel ist das sieht irgendwie scheiße aus hauen sie mal nicht ab von mir aus können sie auch zwei häuser bauen das ist mir egal ja was sieht scheiße aus ich schmeiß dir mal die ganzen verlocken guck mal nimm dir mal eine schippe in der hand da lassen sie mich doch mal in ruhe jetzt das kann doch nicht wahr sein nimm mal eine schippe in der hand ich bin hier ich sorge hier gerade für das material ja einfach nur den hammer in der hand dann guckst du mal ob dann hier da erst mal die ganzen bäumskis hier da 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 kannst du dann bretter machen wie du bock hast da hast du stellst mehr ich habe zu viel bambuse ich muss mal eben die bambuse ins lager packen gib mir leid dann bringe ich das weg was auch mal was tun schmeiße ich die mal hier gucken sie mal also jetzt an stämme erstmal nehmen sie mal die bambuse dann bringe ich das weg wie viel hast du denn so guck mal da liegt schon ein bisschen was ja das ist nun mal halt so wir müssen leider gucken dass wir das irgendwie geregelt kriegen ja aber wie gesagt also ich habe jetzt keine große lust hat noch mal neu anzufangen nein das ist jetzt auch ich sag mal wenn wir irgendwelche glitsch klamotten haben okay das doof guckst du mal bitte ob das haus jetzt so richtig stehe ich bin doch also ist das zu glauben der lad doch einfach dahin ist doch schnurz ob das jetzt gerade schräg das scheißegal du wirst doch wohl gucken können das hat gerade steht ja gut steht aber nicht ja also wir machen gerade wie nö da sind das hier für 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 schon zu spät ja auch ein haus das habe ich mir gedacht dann wird man wieder kriegt man wieder einen tritt in den hintern wissen sie also ehrlich wir haben übrigens einen ort gefunden wo wir baumstümpfe ausgraben können und ich glaube das sind von großen bäumen das heißt wir kriegen da richtig voll viel an material aber aber jetzt mal ehrlich ne ich guck hier gerade in es wurde doch gesagt bei dem update dass man das ins allgemeine lager packen kann ja auch baumstümpfe das ist ja nicht der fall das stimmt ja gar nicht ja doch gewisse sache doch ich bin beim allgemeinen in der holzkiste du kannst ja da ist sie vielleicht voll die kiste schon ne da ist noch unendlich platz wie ihr sehen könnt hier und da ist eben halt ähm da kannst du aber wahrscheinlich keine baumstümpfe sonst wären sie ja im lager drin also bei mir ging es also ich kann ja pass auf wenn ich jetzt hier an ein holzlager gehe na gut ich habe hier keine baumstämme drin aber das ist ja auch gehofft sie gesprungen müssen wir uns mal angucken so ich fäll mal weiter muss mal eben so ne alter was brauche ich denn eigentlich nicht irgendwas brauche ich doch nicht was ist das hier für ein ding ne holzhacke die kann doch wohl weg oder warum ist der eingang eigentlich jetzt hier ja holzhacke brauche ich doch gar nicht wichtig ist dass ich die schippe da hier habe damit ich da ausgrab dann so warte gehts so ein dach noch brauch noch acht steine ja let's go ne hauen sie mal rein die werden sie schon wie ein holzstamm brauche ich auch das erste was ich jetzt mache ist jetzt erstmal ich werde jetzt erstmal die stümpfe hier ausgraben einmal da gibt es holzstimme von zweimal wo war noch was wo ist sie denn da hinten ist noch einer das hat er gesagt ich soll noch eins bauen baue ich noch eins ich baue so gerne häuser ja also das ist äh ja auch mal schön wenn wir mal einen tipp kriegen würden ne da gibt es keine tipps warum nicht keine chance für tipps hier was sie wollen und was sie kriegen ein häuschen kriegen sie auch nicht so drehmodus nach links drehen er turn around chakalaka chakalaka haben sie auf wollen das schon wieder die bambusgras ich will den dings hier sammeln oh leute ey das kann doch nicht wahr sein das kann nicht sein wir gehen jetzt mal auf auf sammelleidenschaft ich kann diesen blöden so nicht kameraden so nicht wo ist denn der stamm hier ist der hier drunter werden mal ein paar bäumchen fallen ja der ist hier wahrhaftig drunter ey ja so weht hat der nix weil man braucht ja stämme noch batsch batsch und bretter und naja ich bin hier grad dabei bleiben sie ruhig muss er die bäume hier irgendwie weg machen hier liegt auch noch einer rum ey da liegt da einer leute ihr seht den ich sag brambusgras und dann kann ich den stamm nehmen ah ok also die hüppeln hier ganz schön rum die kollegen hier das ist unfassbar ja ähm irgendwie hat dann update wohl irgendwie was durcheinander gebracht weil das hat sie ja vorhin gesehen ja 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 dass die da im boden ähm beglischt waren oder gesporn sind ähm das war schon ziemlich äh wird wahrscheinlich nochmal nach bearbeitet ja denke ich mal das sah schon ziemlich komisch aus hier ist übrigens grobo ja grobo wurzeln ja wann ist damit sammle ich mal ein wir denken auch irgendwie nur ans fressen ne ja ich denke an unsere dorfbewohner die nur ans fressen denken ja das ist ja auch so ein dinge ne ja wo ich auch immer überlegen bin warum ey das ist wir haben niemanden der irgendwie für essen sorgt oder so ne mhm ähm die fressen uns alles weg die fressen uns die haare vom guck ja ja reine fressmaschinen sozusagen kann man so sagen das ist ja fürchterlich klauen die alles weg so viele viecher kannst du gar nicht töten ey mhm und dann ist immer abends haben sie die produktion beendet ja und alles ist leer jo warte mal ich komm mal zu ihnen ja ja schmeißen wir wieder paar bäume ab oh ich hab keine platze mehr so viele häuser sollten sie auch nicht bauen äh sie haben das ja ähm ich muss ja sagen ne wäre aber schön gewesen wenn sie den den eingang auch zur anderen seite gemacht hätten ne reißen sie ab noch ist das ein bauplan achso nicht dann nicht dann nicht das hast du verkehrt dann hast du verkehrt umgebaut ne ist alles gut hier ist ja gar kein eingang doch hier hier können sie auch ach da hast du den hingemacht ja komm sie mal her ich schmeiße mal was ab hier komm sie mal her ich kann nix mehr nehmen warten sie ich muss selber abschmeißen ja ja so hier ist noch leder und bambu äh und gobo so brauche sie stücke auch noch ja hier habe ich noch äh vier stücke vier steine habe ich noch ja oder brauchen wir auch steine soll ich aus dem gras soll ich da stroh machen ja Und hier liegt noch Leder. Das kannst du mal bitte einräumen. Oh, ich kann nichts mehr nehmen. Also fangen wir an zu bohnen hier. Ähm. Moment, wie war das mit dem Gras nochmal? Wie macht man das? Handarbeit, ne? Genau, Handarbeit. Dann machen wir mal. Stellen wir mal ein bisschen was her. Vier Stück ist zwar nicht allzu viel. So, was hast du gesagt? Steinchen hast du auch für mich? Ja, da waren aber nur vier Stück. Achso, ja, die sind schon wack. So. Hier liegt auch noch ein Leder, soll ich nehmen, ne? Ja, das auch zum Beispiel. So, die Federn. Ich bringe da mal weg. Und Gobos und hin und her. Also, der wird so eine ganze Geschichte. Bei mir ist das ja scheißegal, ob die hier verhungern oder nicht. Wenn ich mal ehrlich bin, ist mir das eigentlich völlig Latte. Weil, ähm. Ich absolut nicht weiß, wie wir das jetzt da regeln sollen. Also, Herr Hoxen ist normalerweise nicht so. Aber es ist ein Spiel. Also, seid nicht so nachhaltig mit ihm. Oder so böse. Er meint es. Ich kann die Gobos ja mal braten. Ja. Ich such mal eben Steine. Weil ich sehe keine Steine. Wir sind hier am Wasser und keine Steine. Keine Steine? Keine Spitzhacke. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen, ein bisschen Stroh muss ich auch noch machen, ne? Ach, kann ich gar nicht. Steine werden sie doch wohl brauchen, gehe ich mal von aus, oder? Ach, ich habe zu viel Zeugs hier. Brauchst du Steine? Ja. Ja, ich kann dir welche bringen. Ja. Aber ich brate noch eben gleich die Gobos eben schnell. Warum braten sie die? Warum machen die das nicht? Ja, das ist die Frage. Ich kann, oder ich lege die jetzt einfach in das Futterdingen da rein und fertig. Okay. Man soll sie doch gucken, wie sie fertig werden. Habe ich recht? Ja, ja, ja. Ja, und nachher steht er, ja, ist verdorben. So, pass mal auf, Kameraden, hier. Ihr müsst aber ein bisschen was tun, hier. So, ich schmeiße euch jetzt da rein, hier. Da, könnt ihr Gobos braten, wenn ihr Bock habt. Ich schaue gleich mal nach, was der Reis so macht. Mhm. So, pass auf, Kameraden. Hier ist Gobo. Und da sind noch Weinbärchen. So, könnt ihr da reinhauen. So, was wollte ich jetzt? Steine bringen, ne? Mhm. Und dann mache ich gleich noch ein bisschen, äh... ... im Herbst. Im Herbst, da gibt es gelbe Chrysanthemen. Kommen Sie mal her, bleiben Sie mal stehen, komm mal her. Kommen Sie mal her, bleiben Sie mal stehen. Ein Steinchen für Sie? Ja, her damit. Ja, pass auf, ein Steinchen? Eins? Das ist ja gelohnt, ja. Seht ihr die Steinchen? Ich seh die gar nicht. Und Stroh schmeiß ich dir auch gleich ab. Ich seh gar nichts. Mach jetzt noch Ströchen. Was soll das sein? Ja, du brauchst doch Stroh, oder nicht? Ja, aber hier liegt nix. Ja, ich mach doch erst. Ach so, nein, auch Steinchen hast du mir abgeschmissen. Aber hier liegen halt Steine. Ja, natürlich hab ich Steinchen abgeschmissen. Ach da, zwischen den Beenen hat er da wie so Fallobst. Das dauert jetzt etwas, weil das sind 182 mal Stroh. Dann kann ich's ein bisschen dauern. Oh, 200 Steine, das ist cool. Zack, okay. Und vier Betten. Wobei, wir können hier noch mehr Betten reinbauen. Wir sind ja auch doof. Warum haben wir eigentlich keine Schlafmatten gemacht in die anderen Gebäude? Da gehen ja noch ein paar Schlafmatten rein. Wir haben ja Platz ohne Ende. Hätten wir gar nicht bauen. Haben wir doch gemacht. Echt? Haben wir die ausgemacht? Sicher. Also ich auf jeden Fall. Okay. Du vielleicht nicht, aber ich hab das gemacht. Also wie gesagt, Leute, wir melden uns wieder, weil ihr braucht jetzt nicht zugucken hier, wie ich da 182 mal Stroh mache. Wir melden uns wieder, wenn ihr was Neues zu vermelden gibt. Genau. Wie gesagt, besser ist das. Okay. Also, haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss.